So, da sind wir wieder zurück. Ich glaube, das ist jetzt der achte Skin, der verschenkt wird. Diesmal geht es raus an Moonlight. Er will den Skin Mel haben. Natürlich ist er nicht mit meinen anderen zwei Accounts verbunden. Man kennt ihn. Wenn ihr auch Bock habt, einen Skin zu bekommen, ganz einfach kommt auf Twitch vorbei, Follow da, Kanalpunkte sammeln, über die Kanalpunkte dann quasi den Skin eintauschen. Du schreibst mir dann einfach, welchen Skin du haben willst. Ich gehe auf Freunde schenken, suche dich eine Liste und dann bekommst du ganz einfach den Skin. Erstmal Moonlight, viel Spaß mit dem Skin. Ich versuche hier noch weiter ohne Ende irgendwie es hinzubekommen, dass ich Hogwarts gestartet bekommen. Aber ein bisschen Probleme mit Steam. Steam macht einfach Faxen. Also, wer Bock hat, kann auch gerade jetzt vorbeikommen. In dem Sinne würde ich sagen, euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Denkt dran, kostenlose Skins. Bei mir bekommt ihr das Video. Und in dem Sinne, haut rein!